Musik Die dritte Nachschussgelegenheit, allerdings Goltorti mit dem Apprawler. Pati läuft weiter und der Ball ist in Thola. Drei und neunzigste Minute. Tomislav Pulic erlöst ihn, ein Schweizer. Musik Ränkli, Pulic, scoret der Ausgleich, 1 zu 1. Sauber geklärt von Pulic. Er kommt auf den ersten Fasten und ist drin! Zomislaw Pulic! Zomislaw Pulic! Zomislaw Pulic! Zomislaw Pulic! Zomislaw Pulic! Das war's für heute. 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 Winter with the chance. Das war's für heute. 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 Achtung und da ist dieses 2 zu 1 in der 95. Minute und was für eine Geronie, Tomislav Kulic. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.